Ja, ist in Ordnung, jetzt bombardieren sie mich mal wieder mit Missionen, so als ob ihr eine Ermittlung am Hals, das haben wir ja mal klasse gemacht, haben wir es mal wieder geschafft, ne? Boah, Alter, ich würde aber trotzdem mal gerne wissen, wo das ist, ey. Ach, das ist da hinten, am Strand also. Na gut, da kann man ja noch ein Stück weiter geradeaus fahren. Auch wenn da jetzt ein Cop fährt. Der fährt ja auf der Autobahn, ne, und nicht, der fährt nicht ab. Ja, das ist ein Highway-Cop. Oh, und da ist doch direkt eine Tanke, da versuchen wir uns doch direkt nochmal zu reparieren. So, hier runter. Ah, da unten ist die Tanke, stimmt. Boah, ey, meine Nase, ey, die regt mich auf. So, gut, dann versuchen wir halt nochmal andersrum reinzufahren. Ja, aber das hier geht nicht. Die Tanke hier funktioniert nicht. Das ist aber jetzt leicht kackig. Das ist nicht so gut, ne? Denn da macht man ja wieder Einsatzrennen, da geht es ja um Kohle, ne? Na, da muss der Mr. Easy-Racer mal wieder einen kleinen Schaden auf sich nehmen. So, aber trotzdem würde ich gerne hier hochfahren irgendwie. Ist hier nicht auch einfach eine Werkstatt in der Nähe? Doch, ich meine schon. So, jetzt haben wir den mal hier repariert. Ja, ich will die Werkstatt verlassen. Und ich meine, die war doch direkt hier unten irgendwo, ne? So, ich denke aber, den Ding wird der nicht mehr drin haben. Die Mission. Hier. Zahltag. Ich glaube, die Mission schieben wir auch schon einige... Äh, einige Aufnahmesessions vor uns her. So, hier kommen ganz sachte Farmen hier vorbei. Damit er euch ja nicht so darüber aufregt. Oh, Kops. Und ein Rotlicht-Racer entdeckt. Wow, da freut man sich ja. Die sind sowas von overpowered, gegen die will man ja nicht fahren. So. So, da könnte ich jetzt auch endlich mal hier so zu diesem... Einsatzrennen hier. Ja. Ach, das ist auch Pink Slip. So, und jetzt, wie verbleiben wir jetzt? Fest weiter, ne? Ja, dankeschön. Genau. Parkhaus-Dach. Santa Monica. So, ich denke, das werden wir noch fahren. Und dann werde ich auch schon mal die Aufnahmesession beenden. Ich denke, wir werden einfach hier mal die 10.000 setzen. Dass wir einfach die drei Rennen einfach fahren. Und dann sind wir ja fertig. So, oh, ging ein Mustang. Ne, das war gar kein Mustang, glaube ich. Das war diese Dupe-Ausführung. Aber ein ganz neuer Gegner. Und er zündet ein Nitro. Das hat man gesehen. So, er zieht... Joa. Das ist allerdings auch ein bisschen unlogisch gemacht, wie der da durch die Kurve schießt. Also, ich finde dieses Spiel immer noch klasse, wie der da gerade durch die Kurve gestoßen ist. Habt ihr das gesehen? Okay, ich habe die Kurve überhaupt nicht gut gefahren. Aber er zündet noch ein Nitro. Das sollte jetzt sein zweiter Nitro schon sein. Und dieser Nitro ist sinnlos, den er hier gezündet hat. Und die Route, die er gefahren ist, ist auch sinnlos gewesen. So, ihn schleudert es hier leicht. Und ich fahre... Oh, nein! Oh, ich hasse diesen Lamborghini dafür, dass er einfach manchmal so unkontrollierbar ist. So, aber du kriegst von mir eine Abkürzung hier. So. Aber das ist doch auch schon mal wieder toll, dass man nicht nur irgendwie gegen Ford GTs und Salians und Lamborghinis fährt. Sondern auch mal gegen so ein Dodge, glaube ich, ist das, wenn ich mich nicht richtig... Wenn ich mich nicht recht verguckt habe. Oh, Promenade-Time, denke ich mal wieder. Ja, wieder Mercedes, wer das schon weiß. So, die Nitros habe ich leider nicht alle verbrauchen können. Weil das Event auch echt nicht lang ist. Ich denke, man legt schon... Oh, nein! Und ich verpasse diese Chore schon wieder. Und dann langsam mit dem Lamborghini aufs Gas. Nix überhastet tun. So, das ist eigentlich wieder mal eine gechillte Mucke eigentlich. Aber, wie gesagt, die Musik ist bei mir ein bisschen leise. Weil ich ja auch immer noch selber spreche. Dann höre ich mich natürlich selber sprechen, ist ja klar. So. Aber wie sieht es jetzt mal hier so aus? Nee. Sieht eigentlich ganz gut aus. Nee. Nicht hier wieder rein. Oh! So, und diesmal dreht es mich auch nicht weg. Und dann sind wir doch schon gleich wieder kurz vorm Ziel. Wieder die Abkürzung hier nehmen. Mal schauen, ob er sie diesmal fährt. Ja, diesmal fährt er sie auch. Ich glaube, der fährt sie nur nicht, wenn er vorne liegt. Aller gut. Das ist dann wieder eine andere Sache. Ich habe mein Midnight Club L.A. Phänomen bzw. Syndrom, boah, schon aufgestellt. Ich hatte jetzt gedacht, jetzt crash ich nochmal schön gegen die Wand. Aber dem war nicht so. Und wir sind im Ziel. Die ersten 10.000 haben wir dann auch schon wieder. Wir stehen schon auch wieder bei 155.000 Dollar. Nächster Einsatz, natürlich. Direkt weiter. Immer weiter. Also, wie ich schon angekündigt habe, werde ich mich um neue Projekte erst kümmern, wenn halt andere Projekte abgeschlossen sind. Was ich aber wieder offen für bin, sind Vorschläge. Also, ihr könnt mir gerne wieder Vorschläge schicken. Was bestimmt auch mal spannend wäre, wäre mal ein Dirt-Teil. Da spalten sich ja die Meinungen, welcher der beste Dirt-Teil war. Die einen sagen, Dirt 3 ist richtig krass gewesen. Die anderen sagen, Dirt 2 war einfach viel zu krass für Dirt 3. Also, Dirt 3 war dann Kacke in deren Augen. Kann der einfach auch mal schreiben. Also, wie gesagt, Leute, ich bin offen und ich versuche... Nein, 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 nein. Ja, er setzt mich halt direkt gegen die Mauer. Ich versuche auch dann natürlich Spielvorschläge zu realisieren. Soweit das möglich ist. Da waren zwei Abkürzungen eigentlich, die perfekt waren. Aber er ist sie auch nicht gefahren. Also, wie gesagt, macht einfach mal wieder Spielvorschläge. Ich werde es auch mal wieder auf meiner Channel-Beschreibung ändern, dass ich da offen für Vorschläge bin. Also, ich bin eigentlich eher ein bisschen abgenenkt davon, alte Nitro-Speed-Teile zu LP'n. Weil, Leute, ihr müsst auch mal meine Position beachten. Ähm, ich will ja schon auch noch mal ein bisschen mehr Abonnenten kriegen. Und da sind so alte Teile, ja, nicht ganz so optimal. Also, so alte Teile. Die wurden ja dann schon LP'd. Und da, das ist der Erfolg dann, dass man da irgendwie sehr weit oben steht. Sehr gering. Ähm, ja. Was hätte ich denn so? Ich hätte Nitro-Speed. Äh, Undercover hätte ich noch da. Ähm, Nitro-Speed, äh, Hot Pursuit natürlich. Der Run haben wir ja schon LP'd. Ja, was hätte ich noch? Übrigens ist da gleich das Ziel. Gar kein Nitro verbraucht. Ja, Gran Turismo 5 hätte ich natürlich noch da. Und wenn ich wirklich mal wieder die Lust habe, Bale Shift 2 Unleashed auch noch da. Also, so ist es jetzt ja nicht, dass das Projekt ganz abgeschrieben ist. So, wir machen natürlich den nächsten Einsatz. Und vorerst den letzten Einsatz für diese Aufnahmesession, denke ich mal. Äh, ja. So, los geht es. Letzte Rennen. Das sollte doch jetzt zum Packen sein. Irgendwie ist mein Dach gerade Silber. Sollte es nicht schwarz sein? Oder sieht es nur so aus irgendwie? Es sah gerade einfach ein bisschen komisch aus. So, schön weit angefahren, die Kurve. Ja, was ich wirklich gerne LP'n würde, aber da ist einfach mein... Wow, Promenade. Da ist einfach mein Internet auch wirklich sehr ungünstig. Nämlich wäre Formel 1 2011. Also, ich bin wirklich ein neuer... Ein wirklich... Äh, Formel 1 Fan, würde ich jetzt sagen. Ich bin noch kein Fanatiker. Also, ich habe schon letzte Saison alle Rennen geschaut. Auch wenn ich nicht wirklich der Fatal-Fan bin. Ja. Aber, wie gesagt, die Rennen dauern dann halt so ewig. Und ich finde es dann kacke, wenn man die Rennen dann in verschiedenen Parts hochlädt. Das kommt dann auch nicht gut. Also, wenn man zum Beispiel ein Rennen in zwei Parts splittet. Oh! Na, komm schon. Fahr, fahr, fahr. Ne, also das kommt wirklich nicht gut, weil man dann die Rennen in so zwei Parts splittet. Weil dann wieder der erste Part schon wieder ganz vergessen ist. Oh, wo stand denn der nächste Easy Racer da? Äh, das kenne ich schon. Oh! Also, ne, da bin ich nicht so Fan von. Da lohnen sich dann wirklich auch mal die 30 Minuten Video in einem Part hochzuladen. Ja. Was gibt es sonst noch sozusagen an Projekten? Aber ich denke, das habe ich euch ja alles schon mal erzählt. Ah, ich habe schon gedacht, jetzt bin ich falsch gefahren. Weil da der Checkpoint aufgeblendet ist. Aber ich muss hier einmal sozusagen im Kreis fahren. So. So, sorry, wenn ich euch jetzt hier irgendwie ins Mikro puste. Aber meine Nase... Ich weiß nicht, was da los ist, ey. Das juckt und juckt und juckt. Oh, und deswegen bin ich jetzt auch in den Verkehr gefahren. Aber wir haben ja echt genügend Vorsprung. All das Rennen lief alles andere als perfekt eigentlich. Und wir haben trotzdem noch super Vorsprung. Ja, das wäre dann super Rennen geworden, ne. Also, ganz klar. Jetzt mache ich auch endlich mal das, was ich euch versprochen habe. Äh, nämlich ich werde... ...euch den Karriere-Stand... ...Prozent-Stand mal sagen. Äh, wir gehen zurück zur Spritztour. Oh, japp. Oh, Bremsen, oh. Ja, gut, egal. So. Und das ist doch das perfekte Timing. Bayern hat gerade den Ausgleich geschossen gegen Hamburger SV. Perfekt, da geht es doch gar nicht mehr. So. Wir gehen hier auf... ...Optionen. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen auf Statistiken. Karriere-Statistiken. So, hier seht ihr es. 81% erledigt. Also, wir hätten schon noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm. So, hier seht ihr es. Ich habe mir 887.000 Dollar in meinem ganzen Spielverlauf erst verdient. Das heißt, ich müsste noch mehr verdienen, als was ich bis jetzt in meiner ganzen Midnight Club LA-Karriere verdient habe. Um eben bei dem in dieser verkackten Werkstatt da einzusteigen. Ich werde es einfach mal hier ein bisschen runterscrollen. Ähm. Dann könnt ihr einfach, äh... Ja, meine... Statistiken einfach mal anschauen. Ja, hier Meister 56, 63, Motorrad-Siege 7, Mastel-Kar-Siege schon 50, 211 abgeschlossen Rennen. Also, das sind schon, äh, krasse Statistiken. Aber da kann man nichts sagen. Ich bin allein schon 7 Stunden in der Spritztor rumgehangen. Und ja, Leute. Da würde ich doch jetzt einfach mal sagen, ich verabschiede mich vorerst wieder. Und ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Mit meinem LP. Ist ja meistens eigentlich immer so. Betrifft die meisten, dass sie Spaß haben an meinem LP. Aber na gut. Ich werde mich mal wieder verabschieden. Und sage dann Servus, Leute. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Also, bis denn. Bis denn. Ja.